Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie ihr schon sehen könnt, ist es heute wieder Staffel 3 Leute, aber dieses Mal wirklich mit Fakten, denn die erste Folge von Staffel 3 lief exklusiv auf der Anime Expo 2018, die gerade läuft in den USA und da konnten sich einige diese erste Folge anschauen und ja, es ist nur eine Handvoll, aber diese Leute haben berichtet, was in dieser Folge so passiert ist, was der Inhalt dieser Folge war und natürlich sind auch einige dieser Leute Manga-Leser gewesen. Wissen also so ungefähr, was da eigentlich passieren sollte in dieser Folge und ich sag's euch schon im Voraus Leute, in dieser Folge sind Dinge passiert, die im Manga auch passiert sind, aber Leute, also haltet euch fest Leute, es wird ganz schön schwummerig, was hier auf uns zukommt, denn das Pacing oder zumindest die Verteilung, wie hier die Kapitel umgesetzt werden im Anime, ist deutlich anders, wie es scheint. Hajime Isayama hat das auch schon angekündigt, er hat gesagt, dass er im Anime einiges anders machen wird im Uprising Arc, als er das im Manga gemacht hat und es sieht verdammt danach aus, Leute, es sieht brutal danach aus, will ich schon fast sagen. Und das geht so weit, dass wir tatsächlich nach Aussagen, wie gesagt Leute, ich beziehe mich hier auf Aussagen von Leuten, die die erste Folge gesehen haben und den Manga gelesen haben. Es sieht danach aus, dass in der ersten Folge von Attack on Titan sechs Kapitel enthalten sind, Leute. Ja Leute, wirklich, kein Spaß, sechs Kapitel, natürlich wird die Verteilung ein bisschen komisch sein. Das heißt, sechs Kapitel Attack on Titan, Leute, das sind über 240 Seiten, das kann man nicht in eine Folge packen. Das geht nicht, ja. Selbst Tokio Ghoul würde das nicht hinkriegen, ja. 240 Seiten in eine Folge zu packen und Attack on Titan auch nicht. Daher rechne ich, und das sage ich auch zu Beginn hier, damit, dass einfach die Art und Weise, wie erzählt wird. Ja, dass das Erzählte wie im Manga gleich bleibt, aber dass die Verteilung anders sein wird. Das heißt, an anderen Stellen werden die einzelnen Punkte erklärt. Aber Leute, reden wir erstmal über die Folge an sich, denn die Folge endet, und das nehme ich schon mal vorweg, Leute. Für all diejenigen, die das wissen wollen, ja, an alle anderen. Ihr schaltet jetzt am besten ab, aber ich sage es, wo die Folge jetzt endet. Die Folge endet nämlich an dem Punkt, wo auch ihr das schon im Trailer gesehen habt, Leute. Nämlich an der Stelle, wo Levi seinen Kenny-Schrei macht. Das haben wir alles im Trailer schon gesehen. Genau an dieser Stelle endet die erste Folge. Und diejenigen von euch, die den Manga gelesen haben, die wissen, dass das schon verdammt weit vorne ist. Was ist das? Kapitel 55, Kapitel 56 und Staffel 3 sollte bei Kapitel 51 starten, Leute. Ja, lasst euch das nur nochmal auf der Zunge zergehen. Generell sind auch Dinge, die in dieser ersten Folge passieren, wirklich schon weit vorgegriffen. Denn wie im Teaser des Filmes, ja, also am Ende des Filmes, Raw of Awakening, der ja auch bei uns in Deutschland im Kino lief, da kam ja am Ende auch noch eine Szene, wo Eren, Levi und Co. am Putzen sind, beziehungsweise wo Eren, John und Co. am Putzen sind und Levi dann reinkommt. Die Szene ist natürlich auch in Folge 1 da, das war klar, das war uns allen klar. Aber es sind auch die Szenen da, wo Armin und John entführt werden, weil sie für Eren und Historia gehalten werden. Und auch das, Leute, ist schon drei Kapitel oder so innerhalb der dritten Staffel, ja, also Richtung dritte Staffel. Und es ist schon ziemlich weit, dass das alles damit abgearbeitet wird. Leute, allein der Fakt, dass Kenny Ackermann in der ersten Folge von Staffel 3 schon vorkommt, puh, Leute, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Das ist wirklich ein verdammt schnelles Pacing. Da wird ja einiges ausgelassen. Ich meine, die ganze Backstory mit Historia ist da ja auch noch irgendwo verwickelt. Und daher denke ich, dass sie diese Backstory natürlich noch einbinden werden. Das werden sie zu 100% machen, macht euch da keine Sorgen. Und meine Idee an dieser ganzen Stelle ist jetzt, dass hier einfach wirklich umgeändert wurde, umstrukturiert wurde, wann, wie, wo, was kommt. Das haben wir in Staffel 2 auch schon gesehen, in Folge 10, als wir den Flashback von E-Mail bekommen haben. Das ist nämlich ein Flashback, den wir eigentlich erst am Ende von Staffel 3 sehen sollen. Der basiert nämlich auf Kapitel 89. Das ist jetzt auch wirklich interessant, Leute, diese ganze Veränderung, wie das jetzt gemacht wird. Denn alleine die erste Szene, Leute, die erste Szene, mit der diese Folge hier beginnt. Das ist das, was euch jetzt umhauen wird, falls ihr das nicht wisst, Leute. Die erste Szene ist die Szene, in der Eren am Meer ist. Kein Scheiß, Leute. Das ist die Szene, wo eigentlich diese Staffel enden sollte. Das ist die erste Szene. Eren am Meer. Ja, ja, ich verarsche euch nicht, Leute. Es sind wohl irgendwie 10 Sekunden oder 12 Sekunden, diese Szene, wie Eren am Meer ist und dann in die Ferne zeigt. Und Manga-Leser wissen ganz genau, welche Szene das ist. Und die ist am absoluten Ende vor dem Timeskip. Ja, vor dem Timeskip ist das die letzte Szene, wo dann auch wirklich Kapitel 90 endet. Und das haben sie als allererste Szene in der ersten Folge von Staffel 3 gepackt. Und das ist schon, das ist schon Hammer, Leute. Ja, vor allem die Anime-Only-Zuschauer, wovon wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch da sein wird, wird sich denken, wieso sieht Eren aus, wie er aussieht? Die werden nichts verstehen und es wird ein bisschen für Verwirrung sorgen. Und ich frage mich, wieso das gemacht wurde. Da könnt ihr gerne mal jetzt eure Ideen zu in den Kommentaren schreiben. Aber wir sind hier noch nicht fertig, Leute. Wir sind hier tatsächlich noch nicht fertig. Denn ich will euch nochmal kurz sagen, wie ich das mir vorgestellt habe. Ich glaube, dass hier das Ganze so aufgebaut wird, dass wir die Sachen mit Kenny und Levi erstmal in den Vordergrund gestellt bekommen und nach und nach erst das mit Historia erklärt bekommen. Denn eigentlich ist er, sollte ja, ist nicht, sondern sollte am Anfang von Staffel 3 der Flashback von Historia kommen. Ja, Historias Kindheit, wie sie mit ihrer Mutter gelebt hat. Wie sie mit all dem drum und dran leben konnte, was auf sie zugekommen ist. Wie sie die Person geworden ist, die sie ist. Wieso sie nicht als Historia leben konnte, sondern die ganze Zeit Christa hieß. Das sind alles Sachen, die wir eigentlich in den ersten zwei, drei Folgen von Attack on Titan Staffel 3 hätten sehen müssen. Und die sind offensichtlich hier mehr oder weniger übersprungen worden. Denn das hätte zum Teil schon in Folge 1 gezeigt werden müssen. Oder zumindest am Ende von Folge 1. Und das ist natürlich besorgniserregend. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das Ganze nach und nach gemacht wird. Ich glaube hier nicht, dass hier wirklich sechs Kapitel in einer Folge drin sind, wie das jetzt schon viele sagen. Sondern ich glaube einfach, dass Teile der ersten sechs Kapitel, auf denen Staffel 3 basieren wird, dass diese Teile in Folge 1 irgendwie zusammengepackt wurden. Aber nach und nach alles noch richtig erklärt wird und noch gezeigt wird. Ich glaube nicht, dass irgendetwas ausgelassen wird. Macht auch gar keinen Sinn. Und es würde mir wirklich Sorgen machen, wenn das passiert. Aber ich rechne da absolut nicht mit, Leute. Also wirklich, da rechne ich null mit. Und trotzdem ist das natürlich erstmal ein Schock. Aber wir wussten es. Wir wussten es, dass Isayama da etwas vorhat. Dass er etwas ändern möchte. Dass er die ganze Struktur anders machen will. Das hat er offen und ehrlich gesagt. Und er hat auch richtig gesagt, dass er das krass machen wird. Dass er grobe Änderungen vornehmen wird. Im Anime im Vergleich zum Manga. Wir wussten das. Und jetzt sehen wir die ersten Ausmaße davon. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht so schockiert sein sollten, wie wir es letzten Endes sind. Deswegen, Leute. Abwarten. In zwei Wochen haben wir die erste Folge von Attack on Titan. Und da können wir uns das Ganze selber auch noch reinziehen. Und jetzt kommen noch ein paar Worte zum Opening, Leute. Denn ihr müsst jetzt alle stark sein. Ihr müsst alle jetzt stark sein. Das Opening von Staffel 3. Also quasi das vierte Opening von Attack on Titan. Wird nicht von Linked Horizon gesungen. Ja, das ist die Band, die schon die ersten drei Openings gemacht hat. Die werden nicht das Opening zur dritten Staffel singen. Das erste Opening, wohlgemerkt. Denn, Leute. Staffel 3 wird. Nachdem wir jetzt die Szene am Anfang gesehen haben. In der ersten Folge, oder wir bestätigt bekommen haben, was die erste Szene von Staffel 3 ist. Wird Staffel 3 hundertprozentig 24 Folgen haben, Leute. Und wir werden den Return to Shiganshina Arc ebenfalls bekommen. Und der Anime, beziehungsweise Staffel 3, wird da hinten, wo Eren am Meer ankommt. Ja, so viel ist jetzt für mich klar. So viel ist für mich klar. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und deswegen werden wir auch zwei Openings in dieser Staffel bekommen. Und ich hoffe, dass das zweite Opening von Staffel 3 wieder von Linked Horizon gesungen wird. Denn der Return to Shiganshina Arc ist ein actiongeladener Arc, wo wir wieder ein Lied von denen brauchen, Leute. Aber das erste Opening von Staffel 3 singt die Band X-Japan featuring Hyde. Kein Scheiß, Leute. Und das Opening hört auf den Namen Red Swan. Also roter Schwan. Und ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber die Band X-Japan ist wohl eine Metal Band. Ja, das ist wohl eine Metal Band. Ich habe keine Ahnung, wie das Opening sich letzten Endes anhören wird. Wir müssen uns alle überraschen lassen. Und ja, Leute. Was haltet ihr davon? Also ich bin nicht, ich bin wirklich nicht erfreut darüber. Ich hätte lieber Linked Horizon gehabt, die hier wirklich die Openings weitersingen. Ich kann es aber auch irgendwie verstehen. Denn hier wird in dem Uprising Arc, also in der ersten Hälfte, ich kann es jetzt offiziell sagen, in der ersten Hälfte von Staffel 3 wird nämlich sehr wenig Titan-Action sein. Sondern es wird mehr dieses, ja, Mysteriöse und dieses, ja, Krimi-mäßige schon fast, wird da abgehandelt. Und dahingehend wäre da so ein episches Opening von Linked Horizon vielleicht gar nicht so passend gewesen. Trotzdem mal abwarten, wie das Opening wird. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich weiß nicht, was ich zu dem Ganzen sagen soll. Also ich habe es ja schon im Stream angesprochen. Ich bin da ein bisschen schockiert gewesen. Aber was mich natürlich freut, ist, dass wir 24 Folgen bekommen. Das ist für mich jetzt bestätigt. Die Yonko Productions hatte recht. Denn die Szene am Meer, das ist so viel Content, das werden sie nicht in 12 Folgen packen. Und never, ever werden die den Return to Shiganshin Arc und den Uprising Arc in 12 Folgen packen. Niemals im Leben, Leute, wenn sie das tun. Da rechne ich überhaupt nicht mit. Ich werde, wie gesagt, damit rechnen, dass die Konstellation anders sein wird. Aber da müssen wir natürlich abwarten, bis der Moment gekommen wird. Und das wird eine ganz schön Mordsarbeit für mich. Denn ich habe ja mal eine Videoreihe Unterschiede zwischen Manga und Anime. Die verlinke ich euch mal oben rechts in der Infocard. Ja, da wird eine Menge Arbeit auf mich zukommen. Aber ich kann wirklich nicht sagen, wie ich das finden soll. Und deswegen frage ich jetzt mal euch, Leute. Wie findet ihr das? Gerade diejenigen von euch, die den Manga gelesen haben. Ja, schreibt mir mal eure Meinung. Denn ihr seid genau wie ich. Ja, ihr wisst, was da eigentlich auf uns zukommen sollte. Wie findet ihr das? Ihr habt ja jetzt hier so ein paar Anhaltspunkte von mir bekommen, was geändert wird. Beziehungsweise wie schnell es vorangeht. Was ausgelassen wird. Und da müssen wir mal warten, wie das jetzt weitergeht. Und natürlich müssen wir ganz besonders auf Staffel 3 warten. Eure Meinungsgefragte, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Und falls euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne mit einem Like supporten und auch kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Denn hier gibt es Attack on Titan ohne Ende. Ja, soziale Medien, Discord, Twitter und Instagram findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch an dieser Stelle dann noch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020